Welcher geht denn klar? Keine Ahnung, ich spiele es trotzdem erstmal, nimm mal folgende einen! Ich nehm Gangplank. Erinnert dieses hier die Sachen irgendwas? Diese die man dann noch einsetzen kann, Fangwild, Zorns oder... Es sind halt die verschiedenen Waffen die du aufnehmen kannst. Ja jeder hat zwei Typen von Waffen. Oh Gott, die würd ich nicht nehmen. Die hab ich grad gezockt, die ist behindert, ist fuck. Hm, wer ihm liegt mal? Typisch Stefan? Ich bin entscheidend. Ja sicher, er ist mit Dick random. Oh, wenn man sagt, ihn juckt nicht. Naja, macht der auch random, ey. 2 mal random, wer gewinnt? Ich! Was? Nein, den Ligma hatte ich genommen. Ach, wie geht denn das jetzt nochmal erstmal? Das dann ist dann gegen Dings, ne? Gegen andere Spieler, ne? Nee, wir gegeneinander. So. Pink! Tschüss! Au! Schon wieder das Schwert? Oh, ist das schwul der Fliege? Hä? Jawoll! Re... Nein, 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 nein! Oh! 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 Ich bin tot! Danke, Stefan. Das sind das von Schwul an. Weiß nicht! Oh! 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 nicht mehr so ist er mit euch lasst euch zwei nur mal ein schlager ja 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 alter wenn kannst du jetzt mal aufgeben was man ich will meinen kollegen rufen lass mich mal ja hoch runter links rechts ja ist klar was so kann das sein man kann ja nur sterben wenn man rausgekickt wird ja das wäre ein smash war das konnte man da nicht so können ich habe das nicht mehr genau in erinnerung er kriegt bomben ab und steht da immer er hat ja diese angreifen von oben sind so schwul ja wo wird das dafür gefressen hat nämlich er hat er stefan wie schwul der hoch ist eine kleine stelle komm her ja was du sogar das ist so schwul die sachen gar von oben sind nutzlos ja ich weiß nicht er springt ein bisschen mehr zu viel klar ich brauche um einen auf den Kopf und er denkt sich so ja nur die Schmerz und schlafen die Bomben Alter! Weck mich! Haha! Wie hat die Miene geschmeckt? Ich muss erst mal ein bisschen klarkommen. Au! Die Sanker von oben sind so nutzlos! Jawoll! Ich hab mein Säbel wieder. Bum! Ich glaub das ist nicht meine Runde. Es wäre ein Wunder wenn du uns in der ersten Runde abziehen würdest. Scheiße! Es wird über meine eigene Miene gelaufen. Ich wollte dir gerade eine Faust geben. Nein, nein, nein! Ich hab mein Wunder, muss man auch passen. stehle alter kann man nur einmal springen oder was nehmen zweimal und dann noch mal mit hoch Y hoch Y dann machst du das hier so müsste bei dir eigentlich auch so gehen ne da machen wir hier so ne kurz ach so ja nicht aufladen wo hat der die Lanze ja ja ist klar hier ja 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 so ich bin wieder dabei ja ach stefan ja klar was ist hier los ich weiß nicht mehr wann ich ausrechnen muss nein mein säbel weggeschmissen das wort um jawohl das sehen dass er selber oh I'm alive! Ja, diese scheiße Griff. Ey, auf damit! Aber jeder hat irgendwie immer noch seine eigenen Waffen, ne? Ja. Warum kann ich auf den Boden schießen? Ja, ja. Oh! Au! Ja, Mann. Waaah! Was? Was? Hehehehe. Hehehehehe. Oh oh. Was? Ich hab das Ding weggeschmissen in die falsche Tast. Hehehehe. Ey, ich schmeiß immer die Waffen weg mir dann. Oh. Der Schlacher hat gesessen. Na klar. Hehehe. So close, Alter. Hehehe. Hehehe. Was ist das hier? Kannst du eher zuschlagen als ich. Ja, wenn ich loslasse, dann mach ich das hin. Hehehe. 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 Ich hoffe du kriegst Amber. Mutu, Kazuki, Ensure. Äh, was, 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 Next. XP, ja, Level 2, super. Select, ach komm. Ich nehm mal Eddie's Kacktypen. Oh, viel Spaß. Na, jetzt ist der Zinkmator, der riecht doch noch so richtig geil. Ähm, Alter. Der riecht halt neu, das riecht halt extrem geil. Ja, ich weiß. Ich... 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 Oh, schön, die Map wird jetzt... Oh, Gott. Hehehe. Oh, Gott. Oh, ja, die Arena ist noch wunderschön. Richtig geil. Äh, tschüss mal kurz. Ich bin wieder... Na? Borrekt. Danke, Leute. Gebt mir meine Waffe! Komm her! Au! Ja, klar. Durch die Deck... äh, durch den Boden, auch damit. Okay. Was soll denn? Au. Au. Ey, ich komm da aber auch perfekt drauf. Doch bin ich wieder dabei. Haha! Hehehehe. Oh Gott, der hat ja auch überall irgendwo einen Düsenantrieb dran, ne? Oh Gott, der hat ja auch überall irgendwo einen Düsenantrieb dran, ne? Ah! Boah! Boah! Oh Gott, der Obert kommt hier oben. Nein! Oh! Au! 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 Was war das denn für ein Griff? Nein, 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 nein! Okay. Gumm her! Tja... Hehehe, mal auf! Hehehe! Ui, oh! Think ich nichts davon. Ja, ich würde vielleicht gerne mal wieder landen. Nein, Wulbert lässt es nicht. Nett. Nett. Ja, Wulbert schafft es aber auch, mich immer durch den Boden zu hauen. Nein! Als ob ich warten würde. Nein, nein, nein. Ich treffe Wulbert nicht, ja. Immer Stefan, nirgends. Au. So close. Ah, mein Waffe. Äh, na. Hä, hä, was? Hahaha. Nein. Ja. Was ist das für ein... Au! Mann, ihr... Ich bin mir gar nicht so schlecht, Lilly. Was? Ich bin mir gar nicht schlecht. Ja, ich bin mir das auch wegen vielen Leuten einfach böse. Ähm. Hat der mich selber jetzt als Pfeil benutzt? Ich glaube, ich werde verrückt hier. Ja. Ja, der hatte ich auch als Pfeil benutzt. Missbraucht. Ja, ich komme mir noch nicht mal so eine Waffe. Oh. Oh, jo. Haha. Ich habe mich einfach weggebastelt, ey. Ja. Kur, du barst. Ich hasse euch. Hm? Alles in Ordnung. Jeder hat nur zwei Waffen. Ja. Ist mehr als bei Small Brawl. Scheiße, den habe ich selbst verkackt, Alter. Ejo. Hahaha. Das ist so hart, ne? Ey, du Gaut, Alter. Nein! Nein! Ahahaha! Selbstmord, bessermord. Ja! Ich fliege halt bis ins Ende der Zeit, ey. Oh nein! Scheiße, schon wieder... Ich störe mich denn die ganze Zeit selbst, ey. Schon dreimal selber gestorben. Oh, die Miene da an der Wand, Alter. Die wird noch kritisch werden, wa? Ja, ich muss sie noch eigenhändig spüren. Au! Ja, klar. Klatsch! Ach, nur ich wieder, ja. Warum habe ich nicht zufällig nur noch einen Sprung gehabt? Ja, keine Ahnung. Boah! Du Gaut, Alter! Hi! Hahaha. 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 Piss dich! Hahaha. Hahaha. Au! Au. und das fünfte mal dass ich mich selbst töte und woher kriegst du den körper fack 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 fernse jetzt geht sie dann ja ja Habt ihr beiden denselben? Ja. Aber fällt ihr früher. Lass mich halt. Ja, wo kam der denn her? Oh ja. 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 Oh nein. Ey, der schießt mich schon wieder. Auf, Daniel. Au. Oh ja. 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 Was war das mit Bomben? Ey, war ein Kick. No one. Oh ja. What? Oh. Oh ja. ein Mann ah ne nicht dieser scheiß Bogen nein ja bye bye Wilbert gewonnen aber ich muss sagen Wilbert merkt jetzt ein Stefan Mann, das ist doch mal... Ich hab mir selbst mal 5 S umgebracht. Hammer geil, das hat echt Spaß gemacht.